Twitch Streamers getting angry at Videogames. 4, weil 4 steht vielleicht. Ist doch Quinn. Den kenn ich von den alten Diablo-Zeiten. Okay. Okay. Ohohohoho. I'm fucking done, bro. Ja, merkt man. Was macht man eigentlich in dem Moment, wenn man keine Zwei-Tastatur am Start hat? Fragezeichen. I can't jump. Die scheiß Tasten, die da immer rumfliegen. Alle schon erlebt. Ich glaube League of Legends hat mich auch mindestens zwei oder drei Tastaturen gekostet. Und einen Monitor. Ich spreche mein Drink. Ich bin fertig. Das ist es. Ich bin fertig. Verstehen ey, er ist gestorben. Ach, den kennen wir doch. Ich glaube, ich lass meine Cameraden. Nein! Come on in. Why are you... Digger, der Tömer ist aus. Der Tömer ist aus so wild. Why are you all in here? Okay! Wait a minute, wait a minute! What? Wait, there are two bars. Senny! Senny! Oh no! Hello? You gotta explain what the fuck was going on there dude. The buffer is insane man! I can't deal with this! She keeps fu- Yo okay man, I'm tired of you fu- I'M TIRED OF YOU! FUCK YOU! ARRGH! 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 Ooooooooh! Mom? Warum... Warum kämpft da Pummelluft gegen die Peach von Mario Kart? Fragezeichen. An AIO? ARRGH! 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 was, da war Beef, und dann ist sie durchgezogen, mit ihrer Tasche, durchgezogen, also wir haben quasi gestritten, aber das war irgendwie so voll weird und so voll nervig, und dann ist sie zurückgekommen, weil das Taxi nicht kam oder so, dann ging sie mir wieder mit dem selben Thema auf den Sack, und da lag einfach noch in meinem Zimmer ein Pizzakarton mit zwei Stück Pizza drin, und sie ging mir voll auf die Eier mit irgendeiner Scheiße, dann bin ich richtig ausgerastet, ich würde mich natürlich nie an einer Frau vergehen, aber ich habe es gerade so geschafft, noch diesen fucking Pizzakarton in die Hände zu kriegen, dann habe ich den Pizzakarton auf den Boden geschlagen, und dann ist dieses scheiß Pizzastück rausgeflogen, und durch den ganzen Raum und diese scheiß Tomatenmark Kacke, ist du über meinen ganzen Boden geschlittert, Digga, wenn man den Clip aufgenommen hätte, das wäre auch ein Platin-Clip geworden, Digga, einfach so, mit diesem scheiß Pizzakarton bam bam bam, Digga, dann fliegt die scheiß Pizza raus, Bruder, Legende, Mann ist mir gerade so eingefallen, so lange her, keine Ahnung wie viele Jahre, Alter, zu lange her I can't even do it, I literally can't even move How long can you stop me to do that for? Just give me the honor of this, man, it's over, dude Sorry Hoppala Stop Okay, das war echt ne knappe Sache This is bullshit Ach ja Why is he not drinking, why am I stuck on this Fucking, fucking, get in the fucking area, dude Fuck this game Fuck, man, I can't be arsed, this is so bad Fuck you, dude Fuck this game, I can't be fucking arsed anymore Dark Souls 1 ist das Und dieses Gebiet hat wirklich viele von uns die Seele geraubt Junge, Junge, das war so schlimm Da gab es doch auch so viele Stellen, wo man ins, äh War es Dark Souls 2? Echt, der ist Shit? Ich war mir sicher, es war 1, okay Dann war es Dark Souls 2 Auf jeden Fall, das Gebiet hat einem wirklich die Seele geraubt Da gab es doch auch voll viele Stellen im Wasser, wo man einfach ins, äh In den Tod fallen konnte Das war wirklich ein schlimmes Gebiet Aber irgendwie auch geil Wenn man, wenn man es durch hatte Hat gerade denjenigen kurz gehört Und er hatte einfach so Das, 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 das Oh, boy This is where this just gets chaotic And it's, this is RNG at this point, literally Take the die Take the die Take the die I'm, I'm dead, I'm dead, this is the end Holy shit, you really survived Eliminated with one fucking second Eliminated with one second One, one fucking second Kevin Look me in the eye Er schreit den Pinguin an Tim the Dead Man Das Spiel da fand ich so weird Hab ich nie verstanden, warum das die Leute so gesuchtet haben Was macht der da? God fucking damn it God fucking damn it Imagine shooting my J's Huh? You literally had so much practice in this game And I haven't played in years Huh? You're so bad I, two to seven? I don't know You can't, you're hiding? What, are you scared of something? What, are you scared of something? Is it me? You're talking about first round You're like Yes, I know Choppa I know exactly what you're talking about I went right You're on observatory I watched you do obs, bro I watched you do obs 100% And it was me Frog did it first There was You're dumb though Your call is stupid Let's say it is me Coincidentally Your call is shit I would screenshot Everything I'm streaming right now Your call is garbage There's four people Left It's me Fuck it Vote me But you're dumb I'm gonna send you this right now I'm gonna tweet at you You're an idiot I'm not playing anymore You're dumb There's four people outside You're braided Fuck you You're dumb You're dumb That's why I got it You got it right Because you're an idiot Fuck you Dumbass Fuck 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 How they fly Fuck 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 Among us So Crafting Where the fuck Are my gold boots Fucking bullshit Fucking Das war schon die zweite Tastatur von ihm? The two of them is the best Amongst player I've ever played with in my entire life. I could've killed you. I was on- the kill was on- the kill was on cooldown. I could've killed you! I should've just fucking killed you! You're so retarded. Darius, you didn't kill me so who's retarded? Sorry. You're the biggest fucking retard, Penunu, and I can't fucking believe it. fucking hellion snipe me i need to watch i'm watching i'm watching i'm giving up this is fucking you he's fucking cheating i fucking knew it the whole time right you guys are like tim maybe you're just fucking ass no i'm not he was fucking cheating that guy's full of shit the entire time and i fucking knew it bro no light i'd rather cut my semen production off than play this game this is the most stressful thing i've ever had the weapon i used at the beginning at dark souls 3 that was the weapon with which i played dark souls 3 first time that was the weapon very cool oh 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 what the fuck what the fuck digger mann i must die cam irgendwo anders hin machen das war seine maus oder war er das maus dachte erst es wäre sein controller gewesen ja er schon wieder oh 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 der wie oft macht er das überlebt seine tastatur das jedes mal oder hat er drei oder vier äh hat er noch drei oder vier als ersatz im im äh im i can't i can't see it i can't see it it's just invisible it's just invisible yesoo what the fuck riot i can't see it it's legit invisible it's legit invisible what the fuck i can't see it ach den kennen wir doch schon legenden clip green 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 what's your problem green where is your problem miss i alone ram miss i alone ram der komplett geisteskrank dingley me sign alone ram er hat so ein hallendes cancer meik bruder aber es schallert so Huuuuh! Huuuuh! Hahahaha! Aus der Hölle! Hahahaha! Wenn er auf die Scheißdostentur einprügelt, das ist so geil! Huuuuh! 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 Hahahaha! Hahahaha! Digga, das ist so geil, Mann! Oh shit! Für sowas liebe ich das Internet, Alter! Bam! Wir sind alleine! Huuuuh! 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 Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst! Erstmal alles liegen lassen und rausgehen! Und einfach ne Stunde spazieren, Digga! Huuuuh! Just Tomorrow swang! Wolf��! Das ist ne neuer two responsive! Geil geil! Outro